Der Allberg ist eigentlich ein super Spielplatz. Ich war schon auf vielen Gipfeln hier im Allberg, aber es ist nie gleich. Es ist immer anders, die Stimmung ist anders. Ich kann mich immer wieder darüber freuen, auch wenn es der gleiche Berg ist. Ich bin dadurch so flexibel in dem, was ich mache. Ich passe es eigentlich dem an, was gerade aktuell die Lage ist. Wenn Schnee ist, kann ich Skifahren. Wenn kein Schnee ist, kann ich Klettern oder Trailrunnen. Ich warme meine eigene Flexibilität. Ich wohne in einem Skigebiet und der Schnee hatte bis jetzt jedes Jahr. Aber es ist gerade die Vorzeit, in der man noch ein bisschen darauf warten. Es ist ein bisschen wie Weihnachten als Kind. Ich warte lieber daheim, bis der Schnee da ist. Ich gehe dann hier Skifahren, so dass ich stundenlang im Auto sitze und auf dem Gletscher fahre. Was ist das? Die Berge geben mir so viel Energie und auch Balance im Leben. Es sind auch eine Art von Freiheit, die wir erleben dürfen. Darauf muss man schon schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.